Hallo Leute, ist es wieder soweit? Wir spielen TTT. Jemand anderes... Wenn das vorbei ist, knall ich den aus. Das ist doch keine Kindersendung, Alter. Doch, wir sind Bildungsfernsehen. Fernsehen. Na ja, zumindest sind die ganzen Idioten auch dabei. Ja, das war's hier oben auf dem Dach angeschossen. Und ich auch. Ja, keine Ahnung. Ja, nichts, keine Ahnung, du hast es hier angeschossen. Ah, hier, der da! Hier, ich zeig euch TTT, dann wisst ihr, wer dabei ist. Ich bin mit Props, ich kann gar nicht schießen. Ey, Max hat ja gerade eingekauft, er ist in die Wand gerannt. Er tut jetzt so, als ob der TTT gedrückt hat. Was wir jetzt machen, wir werfen die Inzi-Dinzi da unten rein in den Lüftungsschacht. Inzi-Dinzi, Alter, was geht mit dir? Ich hab grad mein Sprachzentrum verloren. Nein, aua! Ich hab geschaut und hab's einfach nur zurückhieft. Trotz der Gebäck, weiche Bösergeist. Weiche von mir. Weiche. Was? Wow, was los? Wer ist das? Irgendwer hat das gestorben. Ist einer gestorben jetzt? Dalu. Ich glaube irgendwas. Ich hab Kundran getötet. Ich bin zwischen der Matrix. Bist du schon wieder irgendwo in der Decke? Ich bin nicht, ich bin in so einer Spalte zwischen den Häusern. Hinter dir? Spalte? Ich bin nicht tot und auch nicht lebendig. Tautau hat auf das Ding geschossen. Tautau hat mich geschossen. Du hast das fast geschossen. Nein, das war Tautau, Dalu. Das war Tautau. Das war ich, aber wer hat jetzt die Kundran schon tot gemacht? Ja, ich nicht. Ja, ist doch hier. Warum töten wir dann Tautau nicht? Wo? Warum töten wir... Oh mein Gott, das ist ein Explosives, was ich hab. Ich dachte auch grad, da ist ganz schön mutig. Ja, der hat ja den Floppa. Achso. Den Floppa. Komm, schieß fest. Wisst ihr was lustig ist? Wer fliegt Renate? Schieß doch. Nein. Schieß doch. Oh, Nefi. Verfiss dich. Jetzt schieße ich nicht mehr. Du blöder Sack. Verfiss dich einfach, Alter. Das Minus Karma ist mir jetzt auch scheißegal. Ganz ehrlich. Du hast kein Minus Karma, aber doch hat er. Hm. Sonst wär die Runde doch vorbei. Ist doch schon einer tot? Hey, Fisk. Fisk, komm wieder zurück. Ich trau dir nicht. Fisk, komm zurück. Fisk, komm zurück. Ich trau dir nicht. Ja, eben der... Der, 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 der... Wo ist er hin? Wo ist er hin? Ich hab ihn getötet. Da liegt er doch. Wieso hat er denn geschossen? Oder ist er Dead Ringer? Wir werden gleich sehen. Ja, Dead Ringer. Der Reich ist weg. So ein Quatsch. Ein Quatsch, ey. Deswegen läufst du da unten im Wind rum, oder was? Nice. Wo bist du denn gewesen? Oben, oder was? Ja, über dir. Du bist nicht random ab. Dann will ich dich töten. Dann schieß du dich an und sagst, das Minus Karma ist dir egal. Du hast mich am Anfang angeschossen auf 40 HP. Nee, ich war das. Ach, Tautor hat sogar noch zugegeben. Ja, ich war das. Ja, das ist noch sein Problem. Nee, Tautor hat das aber auch gemacht. Ich hab das gesehen. Das tut mir leid. Ich wusste nicht, dass du dann auch so wegfetzt, ey. Ich bin einfach wegfetzt. Aber ich ging davon aus, dass du eine Floppe hast. Ach, warte. Was dann wegfetzt? Was hast du denn gemacht? Ja, ich hab die Super-Discount dahin geworfen. Echt? Ach, deswegen bin ich auf einmal so Pups. Ich schaue in eine andere Richtung. Ich hab mich schon gewundert. Hängt meine Maus irgendwo fest? Ich hab den Maxi gemacht. Ich bin einfach nur die Luft geflogen. Können die Hula-Figuren schon immer tanzen, wenn man die angst? Ja, die eine da oben macht das. Hallo. Guten Tag. Chance, Baby. Chance. Oh, eine Kaffeetasse. Kaffeetasse. Oh, Kaffeetasse. Apropos Kaffeetasse. Wo ist der eigentlich? Der ist immer noch bei Mami. In Deutschland. Was? Er ist in Deutschland? Ja. Stimmt, da haben die kein Internet. Ahahaha. Na, schicke Shop. Ich wollte die Plasma haben. Nee, 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 nee. Ich war so hart am Shoppen. Julie, pass auf. Oh Gott. 10 Euro darauf, dass ich nicht am Shoppen war. Habe ich einen jetzt hier getötet? Ah, wo die Hunde waren. Ganz weich am Shoppen eigentlich. Ey, da oben. Da du. Was soll das? Ich hab dich doch nicht mal getroffen. Ja, aber du hast auf die Fässer geschossen. Ja, da war doch niemand. Hier, recht nicht an ihm. Ops. Live. Oh. Boah, kein Fallschaden. Das geht. Alter, auf mich wollte er nicht. Äh, ich wurde angeschossen hier. Das war ich. Warum? Noch eine. Ich hab die schöne Rotation Gun. Was? Die Rotation Gun? Oh. Da oben fliegt Baby. Oh. 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 What the fuck? Maxi ist fast tot. Oh Gott. Wär doch ärgerlich, wenn ihn jetzt jemand boxen. Ach nee, wer kann nicht mehr boxen? Komm voll. Das kam von dem Dach da. Das kam von dem Dach da. Von dem Dach kam das. Ich... Hey. Baby-DNA. Maxi. Nice. Maxi und Füß, oder was? Mach dir jemand da wisch für den Baby? Füß! Ja, mich beinah. Das flog richtig geil, man. So ein riesen Bogen so. Ich guck hoch und ich krieg so ein Baby in die Fresse. Und dann expliziere ich das auch noch. Ich hab blind geschossen hinten da hoch. Ja. Hä? Wer muckt? Gott, ey. Wer muckt? Diese kacken Drehwaffe, ey. Ist jetzt so gekussiert. Die ist echt so so... Ach, geil. Kannst du dich auch nicht wehren, ey. Ries die ganze Zeit im Kreis. Du hast einfach umgedreht die ganze Zeit. Wer muckt? Oh, über 100. Alles pink. Gott. Über 100. Fuck. Und hoffen, dass du ihn einmal trittst. Und dann musst du sein, der dreht. I am the one, Wu. Rotate. 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 I am the one, who... Ja, ich weiß es nicht. Geil, hier ist Bier. I am the one, who... Voll ganz englisch. Wört für Rotrehen. Shit. Wer macht meine Arbeit kaputt? Ich. Ich hab nur das Bier. Ich bin der Tonnenwerfer. Bier, Junge. Ey, wer ist der Bier? Was? Fiss. Ich war... Ich werf dir ein Bier rüber. Die Jutsch knacken bei euch die Jutsch knacken auch mit dir. Stelle ich in den Boden rein. Shit, ich bin unter. Weil mir guckt die Jutsch immer nur mit dem Griff raus. aus dem Boden. Die Wallrot. Dann hochgeflogen. Oh Gott, ne Superdisco! Ne Superdisco von hier unten, Danu! Oh ja, oh ja! Die Jutsch! Superdisco, Partizani! War das denn sicher, Danu? Ich war zum Glücklich seiner Tot. Ich identi. ich denke ich identifizieren max tot ist warum sollte er dann falschen namen da oben wird geschossen auf mich ging das 86 habe ich noch das super erwischt im haus da oben ist ein du bist ja ich habe gesehen wie sie das nicht wie schießt auf mich glück das ist nicht die beste frage zu stellen in dem moment in dem man stehen zu rufen ich habe da gesagt da lufe ist war das messer wollte er mich hier holen oder was ja du bist direkt runtergesprungen da keiner hat die superdisco hochgeflogen und dann muss es direkt unter der typ gewesen dass die leute nur dalu hören kann ich noch nicht wissen selektives hörverboten alle wollten doch nur dalu hören ich glaube das war da war keiner bei dir in der nähe da deswegen weiß ich das nicht ja aber da war da war ja ich habe nicht beobachtet da war keiner das war das lustige ich habe ich auch nicht gewonnen hat das baby und friendship evers an einer getroffen oder wie baby hat glaube ich keinen getötet schade hey wer rastet da schon wieder rastet denn hier direkt nene nene baby rastet aus du bist da rausgerastet ja weil ich gucken wollte was dahinter geschieht hey 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 nevi nevi ich hätte die schule getötet ja also jetzt bin ich aber nicht einfach losballern das ist doof ich habe das zum spaß mal ich wusste nicht mal dass ich traiter bin aber meine leiche wurde identifiziert da wurde das fertig was hast du da das ist irgendwie die improved golden gun ja die gab es aber vorher auch schon die improved auch die trifft wie auf jeden fall aber manchmal doch irgendwie doch ich kann gar nicht schießen wenn ich ins leere drücken ich dachte dann ich habe die tatsche ist ja immer noch da geil ja trotzdem statt sich einfach so der gegner die hängt da die hängt da ja wo ich da rauskamera alles gut er hat mich schuft ich bin detektiv hilfs boy das ist richtig fisk hat gerade eingekauft ich habe die disco beobachtet diese disco was macht diese super disco ich kann mein weiter wegstehen ich fliege gerade nach oben ich verstehe ihn nicht ich verstehe nicht auf mich geschossen ja ja einfach zu testen und runde war ja vorbei was okay also die super disco schießt egal hauptsache du musst in reichweiß sein nicht gerade nach oben ich verstehe ich verstehe es nicht kann mir doch irgendjemand erklären es gibt keinen sinn ich habe sie vorher auch geschossen du hast dich in der ecke gestellt oder ach so und dann ja okay ich glaube weil du nicht nach rechts geschubst werden kannst wirst du nach oben gedrückt das ist nicht zu sehen das heißt das ist ein physikalisch korrekte berechnung eigentlich nicht vor allem wenn man gegen eine wand spielt ne weil das ist wirklich so ich bin bis zum mapende geflogen bevor ich runtergefallen bin bin ich noch ein stück hoch geflogen und dann erst runter aber vor allem auch gerade in dem moment wo ich die werfen wollte wurde ich nochmal von einer anderen disco getroffen das heißt die ging auch nicht dahin wo ich eigentlich wollte du solltest indoor werfen oder dich nach indoor verziehen ja scheint die angesprechende taktik dafür zu sein aber ich meine mit julie als teampartner am anfang war es natürlich ein bisschen weißt der botzler hält nichts von türen botzler macht sich eine neue türen wie viele hat den super disco dann erwischt jetzt noch? ich glaube nur mich ich habe zumindest keinen gesehen sind aber so viele genug gestorben ist das die tasse? ne ja ich habe es geschafft jetzt bist du brain ich habe nur eine stelle und ein baby ich habe feuer gelegt ey 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 Lauf Junge ich bin im Hau immer kann mir was Warum sollst du jetzt direkt schießen? Ja, wenn du Sachen auf mich gibst, ey. Jetzt hast du mir irgendwas vor die Nase geworfen. Kranz spielt da nicht mit. Ah, Dalo hat aber jetzt gerade sehr verdächtig auf die Wand... ...auf die Wand geguckt. Entweder... ...Juli hat hier... ...ich bin das. Ja, bitte. Juliii... Ich hab aber keines sehen, weil ich Richtung Balkon gelaufen bin. Hallo. Aber einfach, die Tür ist hier zu. So geht das nicht. So nicht, meine Freunde. So nicht. Was verfolgt ihr mich? Er schießt. Er schießt. Da, du schießt doch zu. Juliii... Baby von oben, pass auf! Ey, warum schießt du denn auf mich fest? Uiuiui. Was kam von da, das Baby? Von oben? Von dem hier. Von TauTau. Nein. Du warst der einzige, der hier oben war. Ja, ja. Boah! Guck dir den an, ey! Guck dir den an! Nice! Ja, schieb mir aufs Dach, los! Slow-mo-Jumping. Ja! Komm mit, komm mit! Das war so ein bisschen wie ein Zeichentrick-Film, ey. Ey, Flea! Booy, ey! Das handeln dir da oben. Das ist aber schon echt witzig, ey. Ja. Superdisco, das ist ein echt cooles Item. Mhm. Wenn man erstmal weiß, wie die funktioniert, ja. McFly hat schon 8-mal geworfen und 8-mal geworfen. Das wär der Feuer! Nein! Ich hab mich auch einmal geworfen durch eine Insie durch, von im Haus. Und dann hab ich mich unter der Treppe versteckt. Und da hat auch keiner gesehen irgendwie. Und es hat auch keinen interessiert. Hat keinen beeinflusst. Boah, krieg ich auch mal eine ordentliche Waffe hier, ey. Ne, hier ist es. Ah, hier ist ein Riesenteil. Oh mein Gott, hab ich meinen Hosenstall gemacht? Nein, die Riesengranate. Wie heißt die? Was war das für ein Name bitte? Das war ein Wer, oder? Wer ist Wer? McFly schießt man bitte mit der Diegel. Was? Du sollst einfach mit der Diegel schießen. Korki! Okay. Faith regelt. Korki? Au! Ich hab keine Ahnung. Was ist? Ich hab ne Tonne geordnet und dann ist sie auf meinen Kopf gefallen. Das war die Kleine. Nein, das war gar nicht. Au! Was tut ihr? Alter, ich hänge fest. Alter, ich hänge fest. Nefi ist es, Nefi ist es, Nefi ist es. Ey! Lass mich doch wenigstens exekutieren, ey. Hab ich doch. Boah! 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 Was zum Geier war das? Das mit der Schwangerschaft überlegt Julie sich nochmal. Boah! 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 Wie die Shotgun ihn auch nicht gemacht hat jetzt, ey. Auskroft! 23 AP noch. Boah, der zweite. Ja, ich! Ich hab Kunda nur noch exekutiert. Das war ziemlich fest von dir. Ja, ich weiß. Vor allem erst so, ich hänge fest und dann dachte ich so, ach komm, nice, nice. Boah! 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 Achso, das meinst du, ja. Ja! Was ich mir da öffnet. So wird die Folge schon wieder heißen. Das ist schon wieder los. Julie und das Riesenteil. Schon wieder. Das gibt wieder Klicks, ey. Julie im Wunderland. Julie im Wunderland, ey. Zum Glück ist Nils nicht da. Ja. Er hätt sich gefreut, ne? Zum Glück ist Nils nicht da, heißt die Folge. Aber Nils darf man solche Witze nicht machen, ab 18 ist er ja eine. Doch, er wollte das mit dem Code nicht. Boah! Er mochte die Code-Themen nicht. Guck mal die Gunn, guck mal die Gunn hier an, Leute. Ey, ist hier jemand in der Nähe? Die Gunn lebt. Die Gunn lebt? Leute! Wo seid ihr denn alle? Hey, sie da! Hallo! Ja, wo sind denn alle? Sie da! Hey! Guck mal hier die Gunn! Warte, warte, warte! Das gab einen Toten! Die Gunn... Lass mich raus! Lass mich raus! Oh, sie flieht! Sie flieht! Was? Hier gab's noch mehr Tote. Irgendwas passiert hier. Sie flieht! Das könnte auch so ne... So ne Machine sein, ey. Komm hierher, ey! Oh! Super, bist du hinter dir! Lauf! Ich spring hier runter! Oh Gott! Oh Gott! Aber die Gunn lebt noch! Die Gunn lebt noch! Was ist denn... Welche Gunn denn eigentlich? Die super... Tautau ist es! Was? Tautau ist es! Warum? Warum? Ich hab's gesehen! Was hast du nicht gesehen? Ich töte ihn noch nicht! Ich töte ihn noch nicht! Was hast du gesehen? Tautau! Komm, wir wissen's beide! Ja, genau das! Oh Gott! Das ist der letzte Botzer! Na, der Botzer ist schon tot! Oh Gott! Das wird ihm nicht mehr so viel bringen! Die Gunn, ey! Die Gunn lebt! Die Gunn lebt! Die Gunn lebt! Der ist hier nicht! Die war am Anfang der Runde! Direkt, ey! Direkt! Und keiner ist da! Und ich bin wie so... Man kann die... Man kann die Superdick auch mit der... Mit dem Magneto-Stick aufgeben! Ich war doch da, Mann! Dann heißt es... Oh Gott! Hab ich gesehen! Du hast die Richtung B geschmissen, ey! Ich ging direkt bei mir ins Bild! 2.0 schon! Wo ist die Gunn? Ist sie wieder oben? Die Gunn! Ist die Gunn wieder oben! Die Gunn hat die Gunn! Was heißt die Verzillig? Ja, ich will nur die Gunn angucken! Nein, die Gunn ist nicht da! Die lebt nicht mehr! Nein! Nein! Die Gunn ist leider tot! Fisk! Es ist deine Schuld! Deine Schuld! Ja! Wie immer! Potsdam! Ja! Es war deine Schuld! Loll, hast du ihn jetzt einfach... Ja! Deine Schuld! Wegen Fisk war die nicht da, ey! Potsi! Wir fahren im Puff nach Bostalona! Was nur das Fenster! Ah! McFly! Er ist weg! Hey! Hab ihn... Jetzt ist es zu spät! Das war... Na? Du waren drei, doch! Oh, wer ist denn der letzte? Ey, Scheiß! Hier, Grants! Nein! Tautaut! Schieß auf mich! Grants, Grants! Hä? Oh Gott! Hey, wieso... Das ist unlogisch! Was ist unlogisch? Grants wirft ein Baby! Oh ja, der kommt doch wieder hoch! Ah, er säuft! So kennt man mich! So kennt man ihn! Mal ne Flasche an den Lippen! Ne, ne Dose oder? Mal was zum Sippen! Und was zum Dippen! Und was zum Dippen! Ah, okay! An den Lippen? Ich bin gechased! Warum hast du mich abgeschossen, McFly? Weil du Julie angeschossen hast! Ich bin grad die Treppe hoch, als du sie angeschossen hast! Ich hab' das voll gesehen! Da wird er auch noch Traitor, der Boster, ey! Ja, die Gunn, ey! Die Gunn lebt denn nicht! Ich musste zwar ein bisschen überlegen, aber als ich dich dann in die Ecke gestellt hast, neben die Vitrine, dachte ich mir, okay! Jetzt kann ich die Doppel machen! Was ist jetzt mit der Gunn? Die Gunn lebt! Die Gunn! Ich komm! Nein, ich hab sie aufgehoben! Nein! Oh nein! Amateur! Egal was ich werde, ey! Okay, ich auch, ich mach mit! Er ist grad runtergegangen! Los Leute, das macht ihn! Egal wer es wird! Egal wer es wird! Ich hab ihn! Nein! Leute, ich hab ihn! Wir töten die Person dann nicht! Doch, wir töten ihn! Ja, ihn, ja! Aber nicht den, der ihn tötet! Oh, nee! Nein! Nein! Schieß auf ihn! Wir haben ihn schon einmal angespossen! Wo ist er? Was? Ich hab ihn verloren! Hä? Er ist hier unten wieder! Und? Es ist Tautau! 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 Tautau ist hier oben bei mir! Tautau! Mautau! Anti-Gravity! Mach ihn, Dalu! Wo ist er denn? Oh! Da flog jemand! Oben! Dann ist es Dalu offen, wenn er ihn nicht tötet! Los, Einsatzkommando, McFly! Du gehst vor! Brandgranaten! Raus mal ausreichern! Oh mein Gott! Der hat Dalu getötet! Das war der perfide Plan! Also auf deiner Seite! Ich glaube, ich habe ihn nicht! Sterben überall Menschen! Wer ist denn jetzt der Letzte? Keine Ahnung! Neben mir ist irgendjemand explodiert! Da wurde ein Superbaby geschossen! Pass auf! Ich habe ihn... Ey! Ich habe Tautau gerade getötet, Julie! Ja, ist gut! Ja! Und wieso schiehst du dann auf mich, ey? Chill! Ich habe Angst vor dir! Ey, ne! Was machst du denn? Du hast doch das Baby geworfen gerade von einem! Es war ein Trait! Achso! Dann ist es Julie, oder wie? Nein! Einer, der hier war, hat das Baby geworfen! Ja! Tautau! Und dann habe ich ihn getötet! Okay! Leute! Jeder kommt um die Ecke und schießt! Die Krise hier! Guck ins Scoreboard! Wir haben eine Krise! Ja, warte mal! Boah! Gut, dass ich weggegangen bin! Ist da gerade jemand gestorben? Jo! Maxi! Maxi ist der Letzte! Mach mal Maxi! Nein! Fisk! Du bist gerade die Treppe runtergegangen! Ja! Aber das war Zufall! Ja, natürlich Maxi! Ja, komm Nefi! Mach mich, komm! Julie, mach mal bitte den Maxi! Nein, Julie, tust du nicht! Ich halte mich raus! Ganz genau! Nefi, ganz alleine machen! Detektiv-Befehl! Das regelt ihr unter euch! Los, Detektiv! Ja! Nochmal! Ich hab noch 51! Bist du gerade hier? Hallo? Guck nur zu! Du hast einen miserablen Aim! Oh! Hab ich jetzt Maxi erwischt? Wolltest du mich? Hallo? Fisk lebt noch? Warum? Mach nicht hoa! Wir hätten immer anfangen erschießen sollen! Ja! Ich hab drauf geschossen! Wirklich! Ich wollte, aber ich konnte nicht! Du hast noch nicht getroffen! Wenn die sich je begegnen! Weiß ich nicht! Boah, geht die rum sehr aus! Ja gut, hab ich gewonnen! Ja gut, hab ich gewonnen! Ah, da ist er! Ah, da ist er! War noch ein bisschen Zeit! Mhm! Scheiß drauf! Das ist doch Ganya spannend! Gott! Was?! 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 Da war das! Auf den hab ich gewartet! Den Luck-Shot! Den Luck-Shot! Den Luck-Shot! Den Luck-Shot! Den Luck-Shot! Was denn noch? Du hast schon wieder 200 HP gehabt, ne? Nein! Nein! Du hast wohl kein Damage gemacht! Damage! Muss auch treffen! Und ich hab mir das Schottkreis-Entfernung! Weißt du, da wollte ich Julia abschießen! Maxi läuft in den Schuss! Ja toll! Achso! Du hast ihn damit nicht gekillt! Achso! Er ist runtergefallen! Nein! Ich hab die Tür rauf gewacht und dann kam mir ein Harpune entgegen! Jetzt gibt's dicke Revenge! Jetzt hab ich noch 700 Karma! Ja, nach der Runde nicht mehr... Hä, warum hab ich denn... Ich hab doch nur einen Inno gekillt! Oh, ich hab so wenig! Ja, und Maxi angeschossen! Okay, aber auf drei HP runtergeschossen, ja! Ich lege mich jetzt hier ins Bett und chill. Oh mein Gott, ich werde von Netflix und chill mit wem? Mit meiner Hand. Ich möchte bei Dano und Bots das Gay Parade nicht dabei sein. Du hast sie doch gestartet. Gay Parade. Maxi verfolgt mich, das ist eine Lüge. Das hat aber nichts mit der Parade zu tun. Du hast die Parade aber gestartet. War keine Parade, bis du dich drangehangen hast. Ich war erster mit Botstat. Du bist tatsächlich drangehangen. McFly hat ein bisschen geschubst. Ich glaube, Nefi hat auch geschubst. Vielleicht, weil er mich gar nicht bemerkt. Wieso habe ich geschubst? Ich habe dich doch beim Stuhl hier nachgeschubst. Oh, du bist hier reingegangen. Du hast jetzt bestimmt geschubst. Ja, hier. Kunra hat mich vom Dach geschubst. Ja, da ist echt gerade jemand geflogen. Oh, scheiße. Du hast gerade ein Sägeblatt. Er ist bei Acro Berlin. Mein Gott. Er ist bei Acro. Weil ich geschossen habe. Was? Also, Kunra. Auf dem Monitor. Erstmal die heilige Kuhle. Was ist mit Dalu passiert? Ich glaube, er ist gestorben. Da ist er. Ah, Gerandom kill. Dalu hat sein Kollegen gekillt. Ich habe nicht meinen Kollegen getötet. Ich bin mit der Maus nur gegen die Tastatur gekommen, als ich mich schubst. Ja, ja, ja. Im Maus gegen Tastatur. Und du kannst einen auch wieder beleben. Nein. Der war Traitor. Ja, Judy, belebe ihn doch mal wieder. Gib ihm doch bitte eine Schock. Nix gibt's. Beleb ihn wieder. Der andere... Ey, okay, lass ihn so sehen. Oh, der sitzt aber sehr gut gerade. Der auch im Job Traitor ist. Komm mir nah. Er will sich opfern. Ja, 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 genau. Reite nicht an. Ich hab doch nichts. Mach doch jetzt. Du da. Mach. Los, mach. Mach. Komm, wir gehen alle weg. Alle weg. Ja, komm. Alle weg. Gehen alle weg. Wir lassen es füllen alleine. Biep. 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 Doktor hat er noch eine Chance. So wird den keiner wiederbelebt. Mox, den will hat keiner. Den mag halt keiner. Mach doch. Was ist das für eine Granate? 2.0 ist unbekannt. Maxi. Leg doch den Defi einfach da hin. Stell dir da. Dann hat auch keiner was gesehen. Ich leg den Defi einfach hin. Ja, und keiner hat was gesehen. Okay. Ich lebe jetzt die Leiche mit. In echt mal vor, Maxi. Sitzen so in der Ecke. So eine Granate rollt vor dich. Was ist das für eine Granate? Aussammeln wegwerfen. Okay, nicht töten, bitte. Hier, und jetzt laufen alle. Nimm doch die Schuhe. Ich glaube, Botster ist es. Nee, nee, Dado hat die Granate belebt. Und jetzt laufen alle nochmal weg. Okay, wir laufen jetzt alle nochmal weg. Oh, los. Tautosch. Herr, wo? Wo? Der versteht keinen Spaß. Tautosch hat ihn jetzt direkt wieder gemacht. Ja. Ich hatte noch nicht mal eine Waffe. Gemein. Wenn hier noch ein Defi im Treppenhaus liegt, dann gehe ich wieder dahin. Wenn ich hier noch ein Defi. Warum ist das? In diesem hier. Jetzt killt ihn doch und dann machen wir noch einen Mann neu. Wo ist das Problem? Ja, er war's. Höh, alle rumgefallen. Hier sind alle rumgefallen. Alle rumgefallen. Alle hinten. Hey, 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 Mann. Mach doch kein Mist. Ich hab mir den Arsch gerückt. Warum seid ihr eigentlich? Ich weiß auch nicht, wo die sind. Ich bleib einfach hier. Ja, ich auch. Wir warten, bis der Rest rauskommt. Ja, genau, hier. Da liegt er. Okay, ich geh mal noch ein bisschen hier rum. Nein, man kann den nicht zu einmal kaufen. Ach, scheiße. Wurz, da kann man nur einmal kaufen. Kunan. Ja, das war doch lange bekannt schon jetzt. Nee, ich wusste das nicht. Es springt vom Dach. Ja, es springt vom Dach. Julia Kunan erschossen. Da ist echt einer gestorben. Das ist meine Investigation. Lass mich. Moment. Das ist aber ein Deadwinger. Nein, Julie. Julie, gib mir den Defi. Gib mir den. Ich kann das. Mann. Ist so wie ein Traitor-Spiel. Nein. Ich hab niemanden. Ich bin an so einer Tür vorbeigegangen und in dem Moment schießt er und auch noch Headshot. Und er schreit so, nein. Ich stelle nichts für eine Frage hin. Letzte Runde. Oh Mann. Gott. Boah, war das eine blöde Runde. Oh Mann. Oh Mann. Das kann ich nicht auf jeden Fall wiederholen. Aber es war schön, wenn gleich noch ein Defi im Treppenhaus liegt. Man konnte leider nicht noch einen kaufen. Meine letzte Runde in 2016. Julie will auch noch, das ist geil, aber Julie wollte die Fake-Light von Defi wiederholen. Ich muss dir ja dafür sorgen, dass du den Defi bekommst. Manchmal ist es einfach bitter, Botstar. Der war ja der auf Taurau. Nefi hat mich mit einer Insie abgeworfen. Ich war das nicht, ich bin schon oben. Ich bin überhaupt nicht oben, Taurau. Ich bin unten in Gebäuden. Oben wie unten. Wo ist Nefi? Ich glaube, du warst das Botstar. Das ist Rache von vorhin. Nein. War das vorhin übrigens so super? Hier, ich bin bei Kundern. Hier weg, ich war das nicht. Hier weg. Oh, der Bube. Oh. Irgendwer ist gestorben. Au. Au. Jetzt komme ich erst nach oben. Okay, ich mach euch viel mehr Spaß, indem ich paar... Hey, wer schießt auf mich? Was? Guck mal, die kann tanzen. Irgendwer hat auf mich geschossen. Geschossen. Taurau. Ist das? Hey, Baby! Da flog was, von hier unten. Julie. Vom Raum gegenüber. Taurau, wo ist es? Ich, hier fliegt noch mehr. Ich turn ihn! Ich turn ihn! Julie, du fliegst! Bleib hier unten! Oh mein Gott, wie elegant! Oh mein Gott, bin ich cool! Ich hab ihn geturned. Konnte man das sehen, dass das so ne Made ist? Vielleicht schau ich mich da hoch! Nein. Er hat die, äh, die Gravity-Granate geworfen. Und als er aufgeprallt ist, hab ich's gehört. Ah, okay. Ja, was ist mit Fisk? Wo ist Fisk denn? Fisk ist hier hinter mir. Boi, Botze. Botze, hä? Wo ist denn Fisk? Grinz ist hier, aber ich se Fisk nicht. Den Move hast du nicht gesehen, ey. Kann einer tausam machen? Ey, Max, ja Julis Leiche! Ja. Den Move hast du nicht gesehen, macht man nicht. Guck mal, sie ist beleuchtet. Du hast ihn runtergezogen. Das ist das Licht am Ende des Konnex. Los, jetzt nehmen wir den Magneto-Stick. Was denn? Lauf hier, auf dem Treffer. Oh Gott, Monster! Was um dich? Was um dich? Nein, Dalu, nein. Was passiert da unten? Glück gehabt, dass es die richtige Richtung war, ey. Botze zielt auf uns. Ja, mit den Duel-Barretten. Achso, okay, ich seh das. Ich wurde angeschossen vom Dete. Böser Dete. Du läufst jetzt um die Ecke. Hat funktioniert. Hätte Dalu mal ein bisschen später geschossen, dann wär's noch cooler gewesen. Ja, er sollte ja nicht um die Ecke laufen. Er sollte in die andere Richtung laufen. Ja, eigentlich sollte ich nach rechts laufen. Ja, aber wie geil das gewesen wäre, wenn du nach rechts umgelenkt hättest. Auf Fisk wahrscheinlich. Wir warten jetzt, dass Fisk halt mal Action macht. Friendship bitte, Fisk. Da ist er, er zielt auf mich. Hier direkt unter dir. Er kommt, Friendship kommt, Kunran, lauf. Er ist hier links drin, hier links. Wer ist da eigentlich? Ach, Nephi. Moin! Also da unten bestimmt. Fisk ist es wirklich. Ja, natürlich. Vor allen Ecken hier, weg. War das Dalu? Ding, 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 ding. Shit, nein, oh nein, oh nein. So ist er auch so freie Mal getroffen, war da, ey, ja. Herrlich. Bis zum nächsten Mal, Leute. arkScript Duuuuun!